Hallo, ich hätte heute einen Vorschlag für euch und zwar E-Book oder Tablet, Hüllen, Taschen, die man stricken kann und dann Filzen. Und ich habe euch schon mal drei Modelle hier gezeigt. Das sind jetzt unterschiedliche Größen, die Tablets, wie mehr die E-Books, gibt es ja auch noch etwas kleiner, noch etwas größer. Und vielleicht wäre das eine Idee, die euch gefallen würde, dann könnt ihr das einmal schreiben und dann würde ich euch zeigen, wie schnell und einfach doch so eine tolle Hülle zu stricken und zu filzen ist. Ich danke euch. Tschüss.